Bei Curvy Supermodel geht es heiß her. Ihr werdet einen Werbespot drehen. Und Hektik! Wer schafft es das Publikum von sich zu überzeugen? Oh mein Gott! Wer scheitert? Entschuldigung, ich hab komplettes Blackout. Und wer tanzt sich in die Top 10? Es geht um Dirty Dancing. Heute müssen die Frauen uns zeigen, was sie mit ihren Curven umgehen können. Willkommen in den Top 10! Das und mehr in einer neuen Folge Curvy Supermodel. Echt schön kurvig. Montag, 20.15 Uhr.